was gucken wir gesehen er aber leute um fixiert erster also wie wir wir gucken nicht die ganze Zeit links rechts im Bildschirm irgendwie rum ich guck zum Beispiel immer hier um in der Mitte ist es war nur ein Parkenkreuz da guck ich immer drauf also ich fixiere nicht dieses Kreuzer sondern das was dazwischen ist das fixiert das war wer unten um nehme ich einfach nicht weiß wenn es jetzt um die Kohlendin wieder oder so was er sondern nehme ich einfach nicht wahr dass irgendwo kohle ist nur sicher und ich mache das und süßen Mini zum bieten und diesen richtigen rossin getötet wird er auch für sie hier haben wir es nicht töten zwei Foto machen müssen er nie ist klar mit kommenden ich bin hier voll sozial um im Golf-Puggy Prozent ich kann sich das richtig vorstellen Mini-Zombie im Golf-Puggy oder was klar logisch natürlich den Mini-Zombie im Golf-Puggy ist klar ja ja das geht ganz einfach ja, guck, musst du einfach ausstehen und kommst hier in den Schläge genau dann gehst du hier und jetzt ja, wenn man trifft oh, oh, scheiße nein, 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 nein ich bin nicht tot, ich bin nicht tot ich bin nicht tot warum lass mich hinruhen sagen, es gibt irgendwo auf dem Meer am Boden so ein Paket, da kriegst du 12.000 Dollar ja, ich weiß na ja wenn du dann zwischen Personen wechselst, kannst du es immer wieder aufheben ja, das hab ich auch schon probiert das geht nicht mehr ah, okay bei einem gibt es sogar 25.000 ah, okay aber das kannst du auch nur ein einziges Mal machen ach, mit dir kochen? ja, ja, genau mit dir kochen? ja, ja, genau mit dir kochen ach, ich hab' keine Scheiße ach, ich hab' keine Scheiße ja, genug Geld hatte ich auch mal und diese halbsteine haben wir mal Ultrast verwirrende 200.000 oh, alter, der hat mich gar nicht geschubst ähm sagen wir nur 1000 ähm, Leute ähm wir haben ja ein kleines Hexenproblem ach so, ja, ähm vor denen immer fernhalten Hilfe, ja, das tut mir leid die haben mich schon abgeworfen oder die hat mich schon abgeworfen oh, die verfolgt mich komm zurück ich bin dabei wo höre ich dich doch gar nicht hast du den Bann des Todes verfallen na, jetzt nicht mehr was hat die mir denn gegeben? Verlangsamung kannst du die mal im Auge behalten? ja scharf und rangesunt soll ich sie töten? na, greif sie besser nicht an ich töte sie fuck, im Eingang ist ein Creeper äh oh ja, verdammt, auf der anderen Seite auch behalte sie einfach mal im Auge ja und da wo die Hexe ist auch noch ein Creeper, glaube ich, irgendwo guck mal, alter, ich bin ein Wabo oh, ich kümmere mich jetzt um die Hexe ich hab sie im Auge scharf und ran gesummt hast du Opti-Fan drin oder wie? nice na klar doch also jetzt momentan hab ich keine, äh, von diesen Legs mehr schrei nicht so laut oh, vielleicht hast du ja gleich wieder welche ich glaub auf boah, mein Arsch tut weh was tut dir weh? auch nix, nix wovon? boah, das wo man weiße das, was vier Buchstaben hat seine Arschloch ne, nicht das Loch ne, Pedis hat vier, äh fünf ja, auch nicht die Pipeline ich muss dir gleich mal ein ekelhaftes Video zeigen äh, ne, danke alter, das hat mir jetzt die ganze gerade gehört, ich muss dir gleich mal ein ekelhaftes Video zeigen äh, äh, die Hexe ist weg ja, aber was denken die Leute, was Robin für Freunde hat? oh, die können auch denken was zu wollen ähm so Elias, ich muss dir gleich ein richtig heftiges Hardcore Video zeigen oh, ah was ist das Fahrzeug? wirst du? was denken die Leute jetzt, Elias? ja, genau Hardcore Video, da denken sie das Richtige, ich guck Pornos ah, 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 die war gut was, was? ach so ähm was glaub ich mal euren Sand Alter, wofür brauchst du immer Sand? ich wette, ich wette, der baut doch so ein riesiges Hochhaus ich muss geheime Sachen machen ja, meine Maus hängt wir haben hier einen Bogen schießenden Bundeswehrsoldaten was? wir haben hier einen Bogen schießenden Bundeswehrsoldaten äh, ich komm mal einfach, ach scheiße, hier war doch ein Bogen ja, äh, komm her ey, hier ist noch Glas übrigens, ne? komm her ja, ich weiß das, in meiner Kiste oben ja da ist ja noch einiges drin sogar ja behalt das mal so also jetzt aus meiner Kiste, das lass ich mal bei mir drin so ach, meine Maus hängt schon wieder und ich stehe am Ausgang ach, sag mal hey, fliege gleich echt den Tonnen guck mal mich jetzt mal um die Bitch guck mal ein Videobeweis so jo also wenn ich ehrlich bin, der eigentlich sieht er noch ein bisschen, ähm, katastrophal aus häwig noch sieht der komplette Tunnel schäbig aus ja, okay, stimmt ja, okay, stimmt hm komm, ich mach den jetzt einfach mal fünf und dann können wir immer noch entscheiden hä, wo ist die hin? die ist weg hä? ja, ich hab schon gesagt, die Hexe ist weg ja, ich hab nicht gedacht, oder irgendwie sowas noch, weg ist und wenn sich dies und spawnt spawnt ist grad bei Alpha na, tankstelle na, tankstelle äh nicht Delta? ne bello äh lass mich raten, wolltest kaspische Grenzen, ne? ach verdammt, ja genau so redest du jetzt gerade von der Konsolen-Version oder von der Alpha sind beide gleich, nehme ich mal an, ne? nicht? ja, okay also, äh, ich weiß zum Beispiel, dass, äh, so PS3 ähm, PS3 und PC, da PS3 hat halt weniger Stellen weil da auch nur 24 Leute auf dem Server können, ne? ja, gut ja, ich mein, ich hab da noch nicht so drauf geachtet zum Beispiel bei BF3, das kennt ja jeder ja, Leute, mein Mann äh äh, bei BF3 zum Beispiel, die, äh, erweiterung hier mit den ganzen Fahrzeugen mit dieser riesigen Schneemap ja äh, ich weiß nicht, wie sie heißt auf jeden Fall, da diese Schneemap da haben PCler zum Beispiel A, B, C, D, E, F, G mhm und die Konsole hat nur A, B, C, D, E, F ok wenn sie überhaupt F haben, ich weiß es grad noch nicht mal ach du Schande, jetzt sehe ich, was du vorhast mhm 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 ja, sehr schön hervorragend wir müssten ja immer noch die Löcher von dem Kies zumachen ja mach ich doch schon wir sind noch ein paar mehr da ja 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 wenn du hinten da, äh, hast du ja hinten fertig abgebaut ja ja, dann mach doch auch einfach Zeugen, dann kommt doch eh hier das drüber richtig hab doch auch alles mit Kobbel dazu gemacht apropos Kobbel, jetzt brauch ich allerdings mal die Cola ja jetzt wollte der Cola jetzt brauch ich die Cola ja, aber wie man merkt, geht's langsam wieder ja, okay, da hinten ist keiner mehr mhm 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 wer mhm 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 ok, dann informiere ich mich mal, vielleicht kriege ich da hin wir reden gleich drüber im Endeffekt Chavis doch nicht weil ich es wieder einen Tag nachdem wir aufgenommen haben, schneide ähm nur wie ich ja ähm und jetzt ist es um bis zu zufällig er war es freundlich das ist dann hast du recht mit Prozent Prozent herunter brauchen wir nicht stelle Fackeln und das war keine Fische er da ist denn ich bin was damals durchlaufen er okay durch die unten Ah, dann geh ich mal da runter. Und ich lasse mich jetzt ein, Boss hier. Hey, ich lasse dir ein bisschen was offen. Ah, das ist aber nett. Denn hier so ein Halbstein da... Oh, Mann, wie die so runterpacken. Zack. Wo bist du jetzt eigentlich? Ach, da unten. Ich baue mich brutal durchs Gebirge. Baust du gerade zu, dann kann ich hier nämlich... Ach so, ja klar. Kannst gerne zubauen. Scheiß drauf. Ach ja, genau, die Fackel. Ja, hab ich schon gemacht. Warte mal, ist eh nur zwei hoch. Ne, sonst kommt hier diese... Musik. Ich hab auch keinen Bock drauf. Nicht besonders, ne. Ne. Aber ich wette, ich wache morgen auf richtig schön heiser, weil ich jetzt die ganze Zeit gelabert hab. Ja, ja, möglich. Ja. Da ich kann ja morgen nicht in die Schule, kann er noch aufnehmen. Ach ja, heiser. Ja, genau. Ach, wer da mal was? Let's play heiser. Ja, ja. Im Arzt gehen, ja, sie müssen ihre Stimme schon. Okay. Aber ich muss noch aufnehmen. Ja, ja, das können sie machen, aber sagen sie nicht so viel. Ja, ja. Ja, das wird schwierig dann. Ähm, ich muss noch mal kurz bauen. Was machen? Ich muss noch mal kurz hier abbauen. Ja, ja. Ich gehe hier drüber. Ja, ja, doch. Äh, morgen? Äh, ja. Ja, ja. Ja, ja. Morgen. Ja. 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 Ungefähr, denke ich mal. Ich hoffe, es ist jetzt wieder ein Ding. So, es wird noch nicht weiter abgebaut. Raffi hat anscheinend eine Idee. Anscheinend. Hauses. Na, wir haben, ja. Ich bin ja auch ein bisschen im Haus. Ja. Ciao. Aber ich habe jetzt erst überhandeln lassen. Dann ist das so. Uh. um ein kompletter okay dann können wir noch eine Stunde aufnehmen und ich bin ich merke schon die Begeisterung was wollte ich jetzt noch mal machen dass ich ihn nicht mit aufnehmen Prozent so ich muss mal kurz mit auch gleich noch Dienstag fällt mir ein was mir echt aufgefallen ist dass ich wiederum legge was ich nicht das stimmt so Grafikeinstellungen was ist denn das hier ein und an der Fok auf ist das mal geklaut so ein bisschen hoch quality und das nur nein das ist ein Sky er haben das jetzt was bringt ich hab ich bin voll am verzweifeln um so aber sie auch ja du bist ja schon eigentlich entschuldige mich erstmal für die verspätung dass ich hier einfach nur gestanden um was ich gerade aufgefallen soll mir gestern schon aufgefallen ist dass ich nicht über alle nachrichten bei whatsapp irgendwie benachrichtigt